ein herzlicher frischendes moin moin und herzlich willkommen zurück zu wo wird später mit dem guru bei wir sind verteidiger es gab ein update bashen ist zum beispiel jetzt ein bisschen genervt worden deswegen nimmt ihn auch keiner keine scharfschützen und wenig defensive helden na gut dann können wir gleich mal defensiven helden nehmen mei ist drin keine tanks als defensiven helden wir brauchen jetzt ein tank nämlich die wir das spiel was wir rauskommen aus hollywood angeschaltet so verstecken wir uns hier mal und warten mal ab ich hoffe ihr habt immer noch so viel spaß an und wenn ja dann lasst ihr auf jeden fall mal ein däumchen da das wäre cool und dann gucken wir mal das gerade wieder eine gelieft aber zum lücken einer der gegner da ist gleich unter beschuss das heißt da gehen wir nicht raus vielleicht jetzt ja jetzt zeit auszusteigen der hat uns dann auch gleich umgelegt aber zum glück nicht mit seinen kamikaze dingen wir sind trotzdem erster in unserem team was schaden und was alles angeht wir müssen sie wirklich zurück drängen erst mal rein heilung das ist natürlich fail wo ist denn jetzt die farra ich habe nicht einmal getroffen mit einem ganzen magazine ok ich bin tot bin ich mal gespannt wie wir das hinkriegen die tappen jetzt ja ich denke die werden das ding holen die sind zu zweiter drauf keiner verteidigt schade drum ok so viele schaden mache ich dann doch nicht da bin ich tot die farra macht einen guten job würde ich sagen man sieht es auch schon deutlich an den leveln also die beta läuft schon ein paar tage die cheaten doch so hanzo gebt gas wie schnell das immer geht und tot gut ich glaube wir brauchen einen anderen helden einen anderen tank einer der mehr aushält vielleicht wobei die weiß ich will die dann nehmen ich bin einfach zu jung um zu sterben ich glaube nicht dass wir hier eine chance haben gegen die jungs die farra ist ziemlich gut verliegen das wird unsere effizienz steigern das ist unser teleporter online ja online das ist eure gerechte strafe das ist eure gerechte strafe nerft das nerfen wir uns in schade so ist gleich einer down gegangen durch unsere ulti oh Mist ja wir brauchen die hat auch nichts drauf außer zahnbelag hier doch schießt die mich an wir zum glück nicht wissen ob es ob und wie viele cheater es gibt bei bei overwatch Dann würde ich mich, glaube ich, nur noch mehr aufregen. Die sind auf jeden Fall ziemlich weit gekommen mit dem scheiß Ding. Die haben wir zum Glück besiegt, äh, den haben wir besiegt. Ah, McCree. Einen haben wir eben hier. Das war unsere. Ah. Die Ulti vom Soldier ist echt krass. Gut, die war aber auch ein Held, den sie genervt haben. Früher war es so, wenn du die Ulti eingesetzt hast und dann gestorben bist, dann war die Ulti immer noch da. Jetzt verschwindet der Panzer auch, soweit ich das verstanden habe, auf jeden Fall. Das ist einfach nur, wir schießen richtig viel da rein. Ich hoffe, dass wir hier gekocht werden. Alter, es ist ja zufrieden. Reise, reise. Nein. Ich komme nicht klein. Nerft das. Ziele ausgescheitelt. Einen haben wir ungericht. auszusteigen das schaffen wir nicht ich glaube nicht dass wir oder hier noch was abgewehrt da haben wir dann noch mal zwei drei schlüsse reingegeben ich bin einfach zu jungen zu sterben noch 60 sekunden die man eigentlich guter mitgegeben jetzt wieder Ja. Und das mal so. Ne, Ferra. Der ist da hinten irgendwo hingefahren. So, die respawnen ja eh gleich. Ja, Schütze! Lasst euch nicht abknallen! Stirn, stirn, stirn! Schaffe ich es noch? Oh, mit Achtleben. Steige raus! Ich bin ausgestiegen und dann noch tot. Okay, dann waren sie zu dritt. Durchschreiben! Das ist eure gerechte Strafe! Lieber melde dich zurück! Okay, wir haben jetzt auch einen Senjata. Dammit! Oh! Will ich meine Ulti verschwenden? Niemand verstorben. Niemand verstorben. Niemand verstorben. Vielleicht aber welche verletzt. Die müssen nicht mehr so weit schieben. Da haben die noch ein paar Ultis. Aber 30 Sekunden. Einer ist down. 30 Sekunden. Ist das gar nicht so unrealistisch, das hier? Steige auf! Okay, 12 Sekunden. Vielleicht schaffen sie es doch. Noch 10 Sekunden. Das ist eure gerechte Schleife. Boah, es ist schwierig zu sagen. 2 Sekunden. 3 sind noch drauf. Das haben sie noch geschafft, also Schwede. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Highlight des Spiels. Das ist eure gerechte Schleife. Wow, Highlight des Spiels. Fand ich gar nicht so Highlight-mäßig. Der Sniper von hier war ganz gut. Muss ich sagen. Ganz gut. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ihr ein Däumchen da. Und wir sehen uns morgen wieder zum nächsten Part. Heute nur eine kurzere Folge. Aber so ist es manchmal. Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Haut rein. Ciao.